Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir eine Runde DNA mit dem... Nick. Ja, und einfach spielen DNA und hier, da ist mein Block, geh weg da. Ich hab einen grünen Block. DNA ist halt so ein Jump'n'Run-Teil. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Wie savest man schon wieder die Blöcke? Du musst einmal einen Block quasi dran bauen, glaube ich. Ja, genau, genau. Und dann läuft das Ganze. Das ist ja das, wenn man einfach nicht immer, wenn man auf der Stelle quasi... Ja, das ist richtig nervig, ja. Ach stimmt. Das ist so weit weg. Manchmal sind die Blöcke so unerreichbar, das ist so unglaublich. Das ist manchmal schon richtig, richtig kackiges. Ja, wir hatten jetzt eigentlich ein Thema auch so, ich weiß nicht, ob das ganz gut hier ist zu reden dabei, weil das schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Könnt's versuchen. Also, wir sind beide zufälligerweise im selben Land im Urlaub. Welches da wäre. Ja, und das ist gleich eine Insel. Das ist eine Insel. Ja, ja. Ein Land. Ach, das ist so unnormal weit weg, ich komm da gar nicht hin. Äh! Oh, du bist so erst da unten, was? Bei dir läuft gar nicht. Heavy. Oh. Shit. Kann aber nicht sein. Ähm, ja, wir sind beide auf Malle. Mallorca. Und, äh, so recht nah aneinander. Ja. Keine Ahnung, die sind zehn Kilometer. Mit den Orten. Ja. Oh nee! Und... Oh Gott! So. Und mir ist heute aufgefallen, dass einfach... Ah, das war richtig doof, okay. Dass, ähm, Mallorca einfach aussieht wie Spanien, nur in klein. Nein. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Das muss ich mal bei Google Maps gucken. Das sieht wirklich so aus. Nur ohne Portugal halt, dann sieht das wirklich so aus. Das hat mich irgendwie ein bisschen... Das hat mich schon ein bisschen geflasht. Oh nee! Scheiße, ich sollte mal... Mann, ich will doch jetzt nur nach... Nee. Ich bin richtig weit runtergefallen. Oh shit, jetzt bin ich zum falschen Block gesprungen. Ich bin so ein Bastard. So. Lol, wo bin ich jetzt? Ja. Nee. Seitdem ich mit Controls springe, da, da, da checke ich einfach gar nichts mehr. Oh, wo ist mein Block? Wie mit Control? Ja, mit Control, äh, springen einfach. Ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich muss mich hier konzentrieren. Oh mein Gott, das ist so schwer. Und wir können gar nicht zu unserem Thema kommen. Nee, eigentlich gar nicht. Wir wollten eigentlich reden, ähm, was wir in den Ferien so machen. Und ich hab, ehrlich gesagt, einfach gar keine Ahnung, was ich vorhabe zu machen. Ich hab nicht einfach viel baden. Äh, ja. Habt ihr auch, habt ihr auch einen Pool? Oder nicht? Ähm, also seid ihr, mal seid ihr in einem Ferienhaus oder in einem Hotel? Äh, Haus. Wir haben auch ein Ferienhaus. Wir haben auch einen Pool. Ah, geil. Und, äh, ja, so hoffentlich richtig geil. Oh shit, weil ich fahr wieder mal mit meiner ganzen Familie, weil ich hab eine relativ große Familie. Ja? Seid ihr viel oder wie? Äh, ja halt, also mit den, äh, Freunden von meinen Geschwistern und so. Ja, ja, mein Kumpel von mir kommt auch mit. Ja, das ist doch saugeil. Saugeil, ja. Oh, hä, was geht denn jetzt verdammt? Oh ne! Oh, wir sind richtig, wir waren richtig scheiße. Boah, das war richtig, das war richtig kack. Ich war, ich war vierter. Also ich war vier. Ich bin immer noch besser als du, ja? Hä? Ja, ich war, ich war ein, einst, war ich richtig bei da oben. Scheiße. Ja, machen wir noch ne Runde, weil zwei, ja, ja. Ja, ja, ja. Machen wir noch ne Runde, ne? Ja, sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir auch schon wieder zurück bei den A. Und, ähm, ja, wie immer mit dem Pumpkin noch immer dabei. Ja, ja, ja. Und ich hab den weißen Block. Ja, ja, ja. Und ich hab den weißen Block. Ja, ja, ja. Hey, wir haben den gleichen. Was? Hä, das kann nicht sein? Ne, du hast den weiß, du hast den weiß drin. Wo ist denn? Da hinten, da hinten. Shit. Ach, verdammt. Oh ne, ich muss wieder anfangen. Nein, ich bin so dumm. Boah, ich mach mal, äh, oh Gott. Kommt doch niemals hin. Hey, der hat mich runtergehauen. Der hat mich runtergehauen. Was? Man kann? Ah, der hat mich weiß, kann. Oh, bei mir läuft grad gar... Oh, bei mir, aber ich bin wieder ganz unten. Bei mir läuft er überhaupt nicht, also. Ne, bei mir auch, ja. Oh ne. Mein, bei mir hat grad gar nichts. Shit. Jumpoost, okay. Oh, wir haben Jumpoost. Oh, wir haben Jumpoost. Wo wir immer noch nicht zu kamen, was wir... Alter. Was wir im Urlaub machen, also mein Bestand, also mein Urlaub wird aus größter Chillerei bestehen. Oh, mein auch. Oh, nicht. Im Pool liegen und, äh, am Strand liegen. Ich auch. Das größte Teil ist sowas. Und vielleicht gehen wir nochmal so ne runde Fußballspielen. Ja, natürlich mal die Städte. Ja, oder sowas halt. Und die müssen wir mal in den Ort oder sowas. Ah, ja. Ja, klar. Wie heißt das, so ein Ort, wie heißt das, ein Sonntagsmarkt oder sowas. Ah, ja, diese Märkte da immer. Ja, ja. Aber das gibt's fast jeden Tag, glaub ich. Aber das kackt mich dann immer an, so früh aufzustehen. Oh, ja. Da hab ich auch gar kein Wort drauf. Da können natürlich meine Eltern und so hingehen. Für den Einkauf. Und, ja. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Oh Gott, ey. Das sind immer so riesige Sprünge. Weißte. Ich bin einfach letzter. Ich bin so dumm. Ich bin einfach so dumm. Ich bin einfach so dumm. Ich bin einfach so dumm. Ich bin so dumm. Ja, bin ich. äh, viele Sachen. Hallo. Das wusste ich nicht. Also es gibt sowieso die ganze Zeit zum Märkte. Man kann so, man kann so, man kann so, also stand bei uns auf der Internetseite von unserem, äh, Domizil, dass, ähm, äh, dass hier so ein, ähm, so ein Typ dahin, dass da so ein Typ hin kommen könnte, der so einfach so ein Spanferkel im Holzofen machen würde. Hä? Das war so richtig geil. Aber geht ihr dann am Abend dann auch meistens so in, in ein Restaurant essen oder nicht? Ja, ja. Oder halt mal, äh, im, oder halt mal halt im, im Haus halt kochen. Ja, 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 ja. Ich finde meinen Block nicht. Hä? Ich, jetzt, jetzt bin ich wieder ein bisschen, bin ich wieder oben. Ich bin einfach blind. Ich bin immer noch letzter. Ich bin weiter oben. Oh, nee. Ich bin, ich bin schon wieder vier. So richtig dumm. Ich warte, ich hab nie den Block gesaved. Ich hab immer gedacht, ja komm, jetzt kommst du ruhig. Ja, beim YOLO, Alter. Oh, nee, du. Ja, auf jeden Fall, wenn wir nicht so gut zu unserem Thema kommen, dann tut es uns leid. Du mich regelmäßig. Aber man muss ja auch nicht so viel erzählen, weil es ja immer noch privat geregelt und alles, ne? Ja, ja. Die ganzen, das ist so ein Miesel, die Bedel, die Bedel, die. Ja, schaut mal beim Pumpkin dabei. Vor, dabei. Dabei, ja, ja. Schau mal bei mir dabei. Der macht super Videos. Super. Auch beim Nick, ja, super. Super Videos macht der, ich sag's euch. Dann müsst ihr vorbei stehen, lasst ein Abo da. Und, ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da auch beim Pumpkin. Immer zwei, immer zwei Likes da lassen, ne? Bist du Bescheid? Ja, klar. Dann überlasse ich dir noch die letzten Worte. Ja, Leute, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Das war euer Pumpkin nun. Und euer Nick. Ciao. 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 Bye.